Hallo und alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Immersive Engineering Tutorial. In dieser Episode soll es sich um Creosot Oil King drehen und um Treated Wood Planks. Und wir gucken mal, weil wir brauchen nämlich für die Treated Wood Planks, brauchen wir einen Bucket of Creosot Oil und dann natürlich noch ganz normale Holzplanken. Und dieses Creosot Oil bekommen wir im Coke Ofen und dieses Creosot Oil wird als Nebenprodukt produziert, wenn wir Kohle im Coke Ofen verbrennen zu Cold Coke. Wir haben dann die Möglichkeit mit einem Bucket das Creosot Oil abzuschöpfen und sind dann jetzt in der Lage dazu, einmal unsere Treated Wood Planks herzustellen. An der Stelle war es das, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Falls ihr wissen wollt, wie der Coke Ofen funktioniert, schaut mal in die Beschreibung, da ist die Immersive Engineering Playlist verlinkt. Vielen Dank, bis demnächst, ciao.